Was ist die finanzielle Decke? Ich lernte, wie ich Geld machen kann. Dadurch habe ich sogar im dunkelsten Schatten eines riesigen Verbindlichkeitsgebirges einen angenehmen Lebensstandard genossen und zugleich eine Irrsinnsschuldensumme in Höhe von 2,36 Millionen Euro abgebaut. Schulden machen. Das sollten und brauchen Sie nicht nachzumachen. Das Geld machen schon. Denn nur dadurch können Sie Ihre monatlichen Einnahmen jederzeit steigern. Gerade in der heutigen Zeit pfeifen die meisten Menschen finanziell auf dem letzten Loch. Die so berauschend schön klingenden offiziellen Statistiken über den immensen Sparreichtum der Deutschen werden zurecht gelogen, dass sich die Diagrammbalken biegen. In Wahrheit sind die finanziellen Aufwendungen für den alltäglichen Lebensunterhalt und die Unterhaltskosten für das Auto in die Höhe geschossen wie eine Mondrakete. Kein Wunder also, dass gerade zum Ende des Monats hin immer wieder Klimmzüge gemacht werden müssen, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen. Doch dabei wäre es für Sie gar nicht so schwer, die fehlenden Euros zu beschaffen. Einfach Geld machen. Dieses System funktioniert bei mir bestens und finanzielle Engpässe kenne ich kaum noch. Das wäre auch was für Sie. Nun, in meinem Buch Geheimnisse des Geldmachens habe ich alle Tipps, Tricks und Techniken beschrieben, wie auch Sie ohne Probleme Geld machen und immer gut bei Kasse sein können. Und auf die Tour oft auch noch mehr Geld zur Verfügung haben, als Sie brauchen. Diese Anregungen und Methoden machen jeder Geldknappheit den Garaus. Sie werden sich innerhalb kürzester Zeit finanziellen Schwierigkeiten in Luft auflösen. Ganz einfach. Dann können Sie ein viel gehobeneres, angenehmeres Dasein mit viel mehr Lebensqualität führen. Nur auf eines müssen Sie radikal verzichten. Auf ständige Klagen wie, ach hätte ich doch bloß mehr Geld. Und noch besser, Sie winseln nicht mehr nach fehlendem Geld. Es ist dann einfach da, weil Sie Geld machen, statt es zu vermissen. Das Einzige, was Sie tun müssen, lässt sich in fünf Worten beschreiben. Sie müssen es nur nachmachen. Greifen Sie zu. Geld machen ist ganz einfach. Tun Sie was, damit Sie finanziell nicht mehr aus dem letzten Loch pfeifen müssen. Weitere interessante neue Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Online zum Geheimnisse des Geldmachens. Alles wird gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.